Ja, hey, ihr könnt doch gar nix. Oh scheiße, sind wir die Bösen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Doom für den PC. Die Story. So, wir haben jetzt hier in der Arena mal wieder ein paar Viecher kalt gemacht. Und wir gehen mal. Finde die Ursache, finde den Eingang der Resops Einrichtung. Da müssen wir hin. Und weil heute so ein schöner Tag ist und Doom erschienen ist, gibt es ja heute eine Doppelfolge. So, noch Energie, äh Munition abstauben. Noch ein bisschen was kaputt machen. Aber der Mars sieht schon geil aus hier. Also zum Release Day gibt es eine Doppelfolge von mir. Karte aktualisiert. Gibt es hier noch Karte? Ne. Ja, die sagt mir irgendwie noch gar nix. Ich brauchte mal so ein bisschen, um da reinzukommen. Aber hier wird auch nichts angezeigt, auch für Karte. Hier ist was Blaues. So, das ist die Arena. Okay, wir wollen weiter. Was, wo war hier was? Oh, das hat bien getan. Finde den blauen Zugangsschlüssel. Blaue Schlüsselkarte habe ich gefunden. Ja, ich bin unbesägbar. Nein. Ach du Scheiße. Gehe noch mal wieder zurück. Können wir uns sogar hochziehen. Ich glaube, vielleicht muss ich die Maus doch noch ein bisschen sensibler einstellen. Ich bin jetzt nur, also ich habe sie so standardmäßig gelassen. So, hier ist was. Kudex, Handgranate. Ausrüstungssystem freigeschaltet. So, da gucken wir nochmal kurz rein. Äh. Ach so, das Ding hier war die Tür. Und da waren die Typen gefunden, oder wie? Sammelstück. Sammlerstück. So, was haben wir hier? Umweltwiderstand. Verfügbar. Senkt den Schaden durch exklusive Fässer und Umwelteinflüsse. Äh. Verfügbar ein. Wie mache ich das jetzt? Hm. Nächste Verbesserung. Ja, ich habe aber nichts, wie es aussieht. Ich war aber noch nicht fertig. Ähm. Hier haben wir ja noch was. Ausrüstung von verbesserte Kapazität und Nachladezeit von Ausrüstung. So, ja. Also, wir können uns hier so ein bisschen immer aufleveln, sozusagen. Wir können alles ein bisschen verbessern, aber wir haben noch nicht wirklich was. Waffenhandgranate. Wer das durchlesen möchte, bitte auf Pause machen. 3, 2, 1, jetzt. Monster haben wir hier. Besessener Soldat. Okay. Ist es war genug Zeit zum Pause machen? Hehehe. Was? Extras. Erkunde die Spielwelt, um versteckte Bereiche zu finden. Du hast mächtige Gegenstände versteckt. Außerdem erhältst du so auch Waffenpunkte. Ja, da haben wir es nämlich. Also muss ich mich... Darf ich mich auch in Doom ein wenig umsehen? Dann will ich hier nochmal... What? Ne, wo war das denn hier? Da oben ist doch was, ja. Gerade angezeigt. Sammlerstück. Das war nämlich nicht die tote Leiche. Geheimnis gefunden. Extras freigeschaltet. Kampfschrotflinte Modell. Blauer Typ. Tutorial. What? In der Karte gibt es zwei Uagmarin-Typen zu entdecken. Beide werden je nach... Je ein Modell freischalten, das du anschließend im Sammler... Minion oder den ganzen Super-Ade zu finden. Ja. Meine Güte, meine Güte. Sag ich jetzt räumt. Oh, da oben liegt auch noch einer. Da. Okay, wir wollen weiter. Da waren wir. Bleib da liegen, du Penner. Der bleibt wirklich liegen. Da wollen wir ein bisschen hier... Das ist so cool, dass es mittlerweile Spiele sogar in Deutsch gibt. Ungekürzt. Unzensiert. Nicht so wie damals, zu meiner Zeit, als ich richtig geil auf Ego-Shooter war, beziehungsweise, das war zu Nintendo 64 Zeit, da war GoldenEye schon ein Hammer-Spiel. Und dann kamen irgendwann Turok und Turok 2. Die waren richtig krass. Die Leute hatten das im Deutsch gesehen, ne. Das war so erbärmlich. Das war schön mit deutschen Texten und alles und auch deutsche Synchro, glaube ich. Aber das Blut dann irgendwie in Pink oder sogar in Blau. Kopf weg. Und dann irgendwann unzensiert gespielt, die englische Version. Das war geiler Scheiß. So, und den Kopf gehen wir auch weg hier. So. Ja. Ja. Okay, hier haben wir nichts mehr, wie es aussieht. Also ich soll mich ja immer umgucken. Hier war ich aber schon. Kann ich hier rauf? Nein. Ja, wie so viel gucken wir uns jetzt auch nicht um hier. Wir gehen mal erstmal hier hoch. Äh. Da müssen wir langen. Dann gehe ich erstmal... Alte Scheiße, ist hier was los. Oh. Hier machen wir mal den. Ach, die arbeiten da sogar. Sind da Sklaven oder was? Die sind von Dämonen befallen und arbeiten jetzt für die. Wir lassen sie schießen, die nicht zurück. Ja. 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 Ich hab noch nichts eingesammelt. Ich kann noch nichts verbessern. Ja. Verbessere die Effektivität deiner Navigationssysteme. Ach. Achso, muss ich Enter drücken? Nee, geht ja nicht. Hab ja nichts. Okay, wir wollen weiter. Hier durch. Mann, ist der schnell unterwegs. Was? Präthorin-Anzug. Ach, jetzt haben wir hier so ein Pinnüppel raus. Jetzt können wir was verbessern. Entweder Umweltwiderstand verbessere die Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Explosionen. Ähm, Scanning-Technologien. Äh, nee, würde ich nicht sagen. Aber wir können... Nee, das hier ist Datenbank. Waffen. Kann ich noch nichts verbessern. Das ist die Karte. So. Dann machen wir mal das hier. Kaufen. Das kaufen wir mal für einen Dollar. So, für den nächsten brauchen wir zwei. Okay. Eine Marke erhalten. Äh, Kodex-Eintrück freigeschaltet. Ja, ja. So, wo gehen die da alle lang, ja? Ja, hey, ihr könnt doch gar nichts. Oh, scheiße, sind wir die Bösen. Äh, so. Neun Schuss noch dafür. Sind wir wieder zu weit weg. Düm, 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 düm. Wenig Munition. Achso, Schild ist voll. Ähm, nur noch alles hier. Ja, so. Okay. Aber hier ist nichts weiter. Ganz schön großes Gebiet. Oh, da ist einer. Ach, die werden da hingewähmt von Scotty. Ich war auf mich zu hauen. Perna, ja. Jetzt bist du runtergesprungen, ich bin wieder raufgegangen. Ja, was hast du davon? Was? Alter! Scheiß Kerl. So, ich war nur einer. Jetzt nicht mehr. Du hast was verloren. Speicherpunkt. Das habe ich nicht verlaufen. Von da oben bin ich gekommen, ne? Keine Ahnung. Äh, nee. Das, ich glaube nicht, dass wir da runter springen können. Das glaube ich nicht. So, hier kommen wir nicht rein. Jetzt müssen wir hier wieder hoch, wie es aussieht. Und da sind wir runtergekommen. Kann ich hier nur hoch? Nee. So, jetzt kann ich hier mal wieder... Was ist das denn hier, das Grüne? Granate. Okay, dann müssen wir wohl... Der hat was drauf, der Kerl. Was ist das? Aufgeladene Salve. Halte die... Waffenmordtaste gedrückt, um eine Salve mit drei Geschossen mit minimaler Streuung aufzuladen. Verbesserung, rasche Erholung. Okay, Waffenmord. Ja. Ach so, Explosivschuss. Halte, kann ich jetzt aussuchen. Halte die Waffenmord... Dann nehme ich Explosivschuss. Felddrohnen liefern dir Waffenmord, die du... Also der Mars ist hier am Arsch mit Dämonen-Invasion, aber wir kriegen immer noch Lieferungen. Ich geh mit der Mundmordantivisioner, eine Mord... Okay. Ja. Verbesserung, rasche Erholung, mehr Wumms, sofort laden. Exklusivschuss, finde ich gut. Danke für deine Kooperation. Ja, Explosivschuss. Was? Ist doch noch einer hier. Alter, stirb doch endlich! Dann eben so! Oh, wer schießt hier? Scheiße! Wenig Munition, was haben wir hier noch? Elf! Ja, bleib mal schillig! So! Scheiße, komm ich jetzt nicht ran! Oh, jetzt haut der Penner auch noch ab! Bin ich denn hier gelandet? Nein! Runter gefallen! Dann eben geschossen! Nee, nicht ganz! Jaaa, Speicherpunkt! Von hier ist er gekommen! Ach, da kann ich rein! Was ist denn hier? Ne, ich glaub ich hab was übersehen hier! So, also hier will ich ja nicht runter! Ne, das könnte weh tun! Aber hier ist auch nichts weiter! Okay, aber die Musik ist natürlich immer cool! Ähm... Ja! Gehen wir mal hier hoch? Geht nicht! Aua! Er schießt hier! Jaaa! Muss aufpassen! Scheiße! Jaaa! Jaaa! Oh! Oh! Es regt mit Energie. Speicherpunkt erreicht. Da hinten ist ein Schild. Dort werden wir aber der nächsten Folge hin. Denn wir sind schon wieder am Ende der Zeit angelangt. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dann. Ciao.